Damals waren die seelischen Qualen in meinem Schädel so stark, dass ich mich einfach nur in meinem Nebel verbarg. Doch dann fühlte ich mich den anderen Wesen so nah, ich könnte jeden grüßen und jeden umarmen. Sonne und Mond, Venus und Mars, was würdest du nicht alles geben für das Leben der Stars? Doch es ist ein Knebelvertrag, ich ehre die Erwachten, freue mich, dass ich ihren Segen mittrag. Ehre die Meister, ehre die Diamantgeister, in dem ich Verdienst aufweise. Ich durchlaufe meine Ausbildung auf den Beats von Seisman, bring das Bewusstsein auf die Streets wie Reifen und das Bewusstsein beginnt auf den Streets zu reifen. Geht bis weiter, wir halten Kräuter in den Friedenspfeif, mich übt in die Magd auf aufgetürmten Ziegelsteinen. Schon der Geschmack von Ziel erreichen ist so kraftvoll und besiegt die Zweifel. Du hast unser Training belächelt, doch im Zusammentreffen mit der Wageness kriegst sie nicht nur aufs Fressbrett, sondern wird umgewandelt in Fettnest. Und wenn du denkst, sie schafft's noch, wird sie gehebelt, bis sie abklopft. Du hast unser Training belächelt, doch im Zusammentreffen mit der Wageness kriegst sie nicht nur aufs Fressbrett, sondern wird umgewandelt in Freshness. Und wenn du denkst, sie schafft's noch, wird sie gehebelt, bis sie abklopft. Die rote oder die blaue Pille, ich still im Ozean der Weisheit ohne Taucherbrille. Lass Luftblasen gefüllt mit Liebe aufsteigen in die grauen Himmel. Die Schlechtheit versucht ein letztes Mal, sich rauszuwinden. Und kurz bevor sie denkt, dass sie's geschafft hat, wird sie gehebelt, bis sie abstrakt. Du kennst mich nicht, deswegen denkst du, du rappst da was Tolles. Deine Scheuklappen können meinem Fluss nicht standhalten, auch wenn du es wolltest. Der holographische Buddha in meinem Herzen ist vergoldet. Ich spreng deine geschlossene Gesellschaft und feier ein Volksfest. Die Wahl der richtigen Worte ist wie die Wahl des richtigen Holzes. Das Gelände jetzt holprig, Training ist alles. Es muss übergehen in Fleisch und Blut. Ein Zustand, der seinesgleichen sucht. Unberührbar von Leid und Wut. Welcher Art Feind bist du? Belehr mich eines Besseren. Du hast unser Training belächelt, doch im Zusammentreffen mit der Wageness kriegst sie nicht nur aufs Fressbrett, sondern wird umgewandelt in Fettnis. Und wenn du denkst, sie schafft's noch, wird sie gehebelt, bis sie abklopft. Du hast unser Training belächelt, doch im Zusammentreffen mit der Wageness kriegst sie nicht nur aufs Fressbrett, sondern wird umgewandelt in Freshness. Und wenn du denkst, sie schafft's noch, wird sie gehebelt, bis sie abklopft. Yeah! Hör mit dem dritten Ohr!